Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Die Weihnachtsshow. Es ist Weihnachtszeit. Peppas Kindergartengruppe will sich im Theater Mr. Kartoffels Weihnachtsshow ansehen. Wir sind da. Oh, das sind bestimmt die Leute, die heute Theater spielen. Mr. Kartoffel, Miss Möhre, Biene Blaubeer und kleines Krautsch. Allor, eure Karten. Setzt euch auf den Platz mit der richtigen Nummer. Hier ist mein Platz. Nummer 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fertig, Kinder? Die Show wird gleich losgehen. Ähm, Madame Gazelle, ich muss noch mal aufs Klo gehen. Oh, Pedro. Entschuldigung, ähm, sorry. Danke. Beeil dich, Pedro. Ich war noch nie bei einer Weihnachtsshow. Das ist ganz schön aufregend. Pedro kommt von der Toilette zurück. Tut mir leid. Ähm, Entschuldigung. Psst, Kinder, seid jetzt bitte alle ruhig. Was ist das für Musik? Die Show fängt jetzt an. Oh, Entschuldigung. Das ist nicht die Musik von der Weihnachtsshow. Es ist Madame Gazelles Handy, das klingelt. Boah. Und welches Handy ist das? Jetzt fängt wirklich die Weihnachtsshow an. Willkommen zu Mr. Kartoffels Weihnachtsshow mit meinen tollen Leuten und einer Überraschung. Oh. Hallo, Kinder. Ich bin Mr. Kartoffel. Das ist Miss Mörre. Hier kommt der Biene Blaubeer. Und jetzt alle bitte einen dicken Applaus für unseren jüngsten Spross. Die Kinder haben kleines Kraut entdeckt. Da ist kleines Kraut. Genauso. Wenn ihr ihn seht, ruft genauso. Die Kinder haben kleines Kraut schon wieder entdeckt. Da ist er ja. Er ist hinter euch. Wo? Da. Hinter euch. Ich sehe ihn nicht. Die haben ja wohl Tomaten auf den Augen, oder? Da bist du ja, du freches kleines Kraut. Guckt. Ich bin eine verzauberte Möhrenfee. Und jetzt, Kinder, kann ich fliegen. Die wird an einem Seil hochgezogen. Ihr zwei dürft euch etwas wünschen. Was ist euer Wunsch? Wir wünschen uns einen Weihnachtsbaum. Euer Wunsch ist mir Befehl. Auf der Bühne steht plötzlich ein Weihnachtsbaum. Und jetzt singen wir unser Weihnachtslied. Wollt ihr das gerne hören, liebe Kinder? Ja! Kleines Kraut auf dem Weihnachtsbaum. Gott, Waffel, Möhre, Blaubeer, Glaubensgaum. Ja, wir wünschen euch zusammen ein frohes Fest. Und ein Weihnachten, das ihr nie vergesst. Das war's. Wiedersehen, Kinder. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten euch allen. Das war ein bisschen kurz. Da geht der Vorhang vor der Bühne auch schon wieder auf. Hallo. Wir haben noch eine Überraschung für euch. Eine sehr bedeutende Person ist hier, um euch alle zu begrüßen. Hau, hau, hau. Wartet mal, wer das sein könnte. Hau, hau, hau. Es ist die Königin. Es ist der Weihnachtsmann. Hurra! Hallo, Kinder. Wart ihr auch alle brav? Ja! Habt ihr auch immer schön eure Zähne geputzt? Ja! Und immer schön eure Zimmer aufgeräumt? Ähm. Sehr gut. Ho, ho, ho. Frohe Weihnachten. Und jetzt noch mal das Weihnachtslied. Alle zusammen. Ja! Kleines Kraut auf dem Weihnachtsbaum. Kartoffeln, Möhre, Glaube, Erglaubens kaum. Wir wünschen euch zusammen ein frohes Fest. Ein Weihnachten, das ihr nie vergesst. Ich hoffe's, ich sehe. Wenn es Doch an gonna. 는 Flä懒, da вр god. Okay. �ją CAP- 입니다 für den L toute Theatre costaक. der ist ein Todd Trä warnmaker. Es ist ein fast users. OURSPIлам läBs! Wir können euch machen.